willkommen beim podcast thomas foster musikproduktion hier gibt es alles zum thema musik produzieren von allen technischen dingen allen abläufen und so weiter und heute haben wir uns gedacht gehen wir doch mal richtig hands-on hands-on lieber thomas foster und und lass uns doch mal wirklich die dhw aufmachen und einen richtigen song produzieren ja das finde ich sehr spannend wir nehmen als grundlage dafür etwas was ich auf der music production academy auf mallorca gemacht da haben wir einen workshop gemacht wo wir an drei tagen einen kompletten track produziert haben und wir haben jeden baustein habe ich nicht nur gemacht und kurz erklärt was ich gemacht habe sondern auch immer die grundlage dafür erklärt den gesamten workshop findet man in mittlerweile ich glaube fast 20 folgen auf meinem youtube channel thomas foster musikproduktion unter dem titel wie produziert man musik also die sind dann durchnummeriert wie produziert man musik 1 bis wie produziert man musik 20 ja und wir nehmen uns jetzt den selben song her und gehen den schritt für schritt bauen den schritt für schritt noch mal auf so als würden wir ihn jetzt produzieren genau okay womit fangen wir an bass drum die haben wir tatsächlich geladen von was denkst du von wo mucent.com mucent.com das ist ja eine ganz tolle seite wo man irgendwie größtenteils gratis schöne dinge runterladen genau auch diese haben wir dort gratis runtergeladen die spaced house kick also sind einfach auf kick und genre house musik gegangen und schon hat man diese bass drum hier als tempo haben wir uns entschieden so ein house track wäre ja eher vielleicht so 125 bpm plus minus wir haben uns für ein etwas langsameres eher poppiges tempo entschieden möglicherweise kann man auch noch so einen regga tone beat im nachhinein draus machen jetzt immer mal eher in so einem langsamen poppigen house beat sage ich mal einen for to the floor beat würde man auch sagen sprich die bass drum spielt die vierteln durch also eins zwei drei vier genau so dann haben wir auch von mucent geladen eine snare und dieses näher die können wir uns auch mal kurz alleine anhören setzen wir auf die zweite und die vierte kick also in jedem takt auf die zwei und die vier und dann haben wir das dann haben wir schon richtiges gym boom richtiges gym boom was man aus hunderttausend tracks bereits kennt und auch sehr unkreativ sind wir mit dem clap umgegangen der clap auch spaced house clap heißt er ist auch gratis bei mir schön zu bekommen klingt so und den haben leicht vorgezogen warum zieht man einen clap ein bisschen weiter nach links jetzt nicht um ein sechzehntel sondern um eine ganz kleine einheit 128 oder sowas also ein paar millisekunden vor die sache ist die wenn mehrere menschen klatschen habe ich ja nicht wie bei der snare drum am anfang einen harten akzent und dann kommen die anderen weil nicht alle am anfang klatschen und ein paar zu spät sondern ein paar klatschen zu früh ein paar zu spät und die masse der menschen klatscht in der mitte dadurch ist auch der haupt peak einer eines claps in der mitte und um den peak auf den akzent zu bekommen schiebt man den clap ein bisschen nach links und dann klingt das so so eine high hat haben wir noch die wir die klingt alleine so auf die off beats gesetzt haben einfallsloser kann man das nicht machen aber auf das ist auch gut wenn man mal eine straighte basis hat um dann das mit anderen elementen zb mit dem bass oder auch mit anderen drum elementen interessanter zu gestalten zum beispiel haben wir hier die snare noch mal auf eine eigene spur kopiert und haben sie auf der gefiltert das heißt wenn wir uns das mal kurz solo anhören da ist jetzt ein hochpass und ein tiefpass filter drauf und kürzer haben wir es auch gemacht also die klingt schon sehr kurz weil wir die ein bisschen nach wenigen hundert millisekunden ausgefedet haben und jetzt nimmt ein filter ein tiefpass filter die hohen frequenzen weg und ein anderer filter nimmt die tiefen frequenzen also ein hochpass filter nimmt die tiefen frequenzen weg die sitzen so die tiefen werden bei 380 hertz und die höhen bei 2600 also 2,6 kilohertz weggenommen so und dieser gefilterte snare spielt jetzt eine interessante rhythmik nehme ich immer das sechzehntel vor der snare und zwei sechzehntel nach das näher klingt dann so jetzt da hat er schon etwas interessanteres klassiker ist natürlich auch dass man am anfang einer acht takte gruppe manchmal auch eine sechzehntaktig gruppe das heißt aufmacht könnte man auch eine crash jetzt klingt ja nicht so unähnlich oder ein crash der crash klingt eben dann so ja und da ist noch ein delay drauf der dusch 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 auch so in vierteln immer wieder kehrt zusammen klingt es dann so genau das macht man immer am anfang einer acht takte gruppe dass es da ein bisschen spannender klingt so wir waren auf mutant und haben dort shaker geladen die sind in unterschiedlichen tempis also um die 115 herum also in einem ähnlichen tempo zwei sind auf 103 bpm einer auf 114 in einer software wie ableton live kann man die schnell auf das richtige tempo bringen hören wir mal kurz den ersten der ist jetzt ganz auf der linken seite ich hoffe das hört ihr auch wenn ihr kopfhörer habt oder so ganz gut einen zweiten shaker haben wir ganz auf die rechte seite gesetzt ist ein anderer shaker gemischt hören die sich links und rechts dann so und dann haben wir noch einen dritten genommen mache ich sonst eigentlich nie so fand ich aber in dem moment irgendwie spannend der ist in der mitte der dritte alle drei klingen zusammen so mit unserem beat klingt das so ja und damit haben wir mal eine rhythmische basis mit der man gut arbeiten kann und dann haben uns bemüht eine chord progression zu finden ich spiele jetzt hier gerade am klavier das ganze ist ja in b du haben das gesetzt so damit für bläser dann auch gut ist tatsächlich ja tonarten die viele bs als vorzeichen haben sind oft für bläser gut weil die auch mit b anfangen f oder d sind also dann weniger vorzeichen haben und besser spielen können für die gitarristen sind ja eher die kreuz tonarten gut also wenn es e dur d dur oder sogar e dur ist weil dann haben die weniger vorzeichen können offene akkorde spielen und müssen nicht alles mit kaputaster oder mit barree griffen spielen okay das wenn wir in b dur sind starten jetzt auf der vierten stufe so und gehen dann über die fünfte stufe auf die sechste stufe erste stufe fünfte stufe genau das ist eigentlich eine sehr einfache harmonie abfolge sehr simple harmonie das einzige was sie speziell machen das ist ein durchgangs akkord haben das macht es irgendwie speziell und das ist auch mit der vierten stufe sehr oft fangt man mit der ersten an auf dem grundton an gleich auf der vierten zu beginnen macht es auch irgendwie interessanter und dadurch klingt es irgendwie obwohl es eine sehr einfache akkord abfolge ist hat sie ein bisschen was interessanter das haben wir das gleich mal mit den shakern dazu okay und das haben wir dann gleich auch mal ein bisschen rhythmischer angelegt indem wir das klavier in interessanten rhythmischen variationen spielen haben lassen sind genau dieselben akkorde aber halt irgendwie rhythmisch interessant gesetzt will jetzt nicht zu sehr ins detail gehen wenn das näher interessiert auf youtube kann man sich natürlich genau anschauen wie wir noten am bildschirm herumschieben und wie das alles im detail passiert okay um die harmonie abfolge ein bisschen wärmer noch klingen zu lassen haben wir da ein pad drunter gelegt selben akkorde einfach mit einem flächensound so und dann haben wir uns die basstöne raus kopiert und mal auf einen bass gelegt ja und zusammen mit dem klavier und der fläche dann haben wir noch ein weiteres instrument gefunden was ganz fein ist das ist so ein mawimber mit viel delay drauf und hall ich nehme es nochmal raus hier delay und hall so klingt es ganz schön trocken aber da kann man ordentlich draufhauen passiert auf denselben harmonien aber macht halt lustige variationen hier ein bisschen rein genau und dann haben wir schon mal geschaut dass wir den ganzen song ein bisschen eine struktur geben das heißt ja da habe ich am anfang noch eine ukulele eingespielt die habe ich in istanbul gekauft übrigens eine türkische ukulele hat nicht jeder hat nicht jeder da kommen ein paar akustische gitarren dazu einmal kurz rein so ab arpeggios da könnte eine strophe sein jetzt kommt nochmal die ukulele für die bridge die zum refreur hin leitet jetzt kommen die marimbas und leiten mit diesem sound effect zum refreur hin und jetzt haben wir zum ersten mal das volle arrangement mit dem buddhischen klavier das jetzt schon der refreur ist genau refreur schauen wir uns nochmal kurz die bridge an vielleicht in der bridge haben wir auch noch etwas spannendes gemacht wir haben dieses schlagzeug nochmal auf eine neue spur gelegt und haben dort einen filter drüber laufen lassen a ein filter der ein bisschen die tiefen frequenzen wegnimmt also das ist ja das volle schlagzeug ohne die tiefen frequenzen klingt so aber ein tiefpass filter macht einen verlauf rein das heißt startet mit sehr wenig frequenzen bei 1 kilohertz und zieht dann langsam auf dazu haben wir einen sound effect gemacht also ein weißes rauschen das auch von einem filter langsam die frequenzen aufzieht und noch ein halb drauf so im ganzen klingt das dann nochmal so und vor dem refreur ist hier nochmal ein halber takt pause wo gesang platz hat um dann richtig in den refreur rein zu gehen hören wir nochmal das ende ja und so schnell das ist jetzt alles noch sehr basic das ist jetzt alles soundlich noch nicht sehr toll da findet man sicher noch bessere sounds aber so schnell kann man mal ein kleines grundarrangement machen man startet mit einem beat entwickelt über den eine chord progression macht dann ein bisschen arrangement ein bisschen bass ein paar keyboards und konzentriert sich dann eigentlich schon auf die songstruktur dass man mal schaut wie klingt es in der strophe wie kann ich den refreur ein bisschen voller klingen lassen noch ein nettes break kurz mal ein bisschen luft reinlassen vor dem refreur und so kann man mal relativ zügig dann schauen dass man auf eine drei minuten struktur kommt möglicherweise braucht man hat man also Strophe butch refreur dann nochmal Strophe butch refreur vielleicht braucht man dann nochmal so einen weiteren Teil middle eight Teil bevor man dann nochmal in den finale refreur kommt aber so kann man relativ schnell mal einen Song skizzieren ja und in einer weiteren Folge lieber Bernhard könnten wir uns anschauen wie man da drüber ein bisschen Melodie entwickelt Melodie also sprich Gesang Melodie für Gesang ganz genau da bin ich schon sehr gespannt machen wir das gleich nächste Woche Montag nächste Woche geht es weiter wir haben einen Termin das ist wunderbar und wir schauen uns nächste Woche an wie wir da ein bisschen Gesang drauf machen eine Melodie entwickeln für den Gesang und da ist recht spannend beim Melodie entwickeln die meisten viele Komponisten arbeiten so die spielen irgendein Instrument zum Beispiel Gitarre oder Klavier spielen auf dem dann irgendeine Akkordabfolge und singen einfach drüber und probieren aus und das ist basically wie sie komponieren was überhaupt keine schlechte Vorgangsweise ist so sind schon große Welthits entstanden aber ich möchte ein bisschen eine andere Möglichkeit zeigen nämlich wie man in der Pianorolle arbeitet und durch Verschieben von Noten Melodien entwickelt das ist eine gute Alternative und was soll ich sagen für manche ist das der bessere Weg für andere ist das andere der bessere Weg manche arbeiten aber auch bewusst mal so, mal so ich zum Beispiel arbeite sehr gern dass ich einfach Klavier spiele und was dazu singe aber arbeite sehr viel auch in der Pianorolle dass ich einfach Noten so lang herumschiebe bis es mir gefällt beides ist eine gute Methode zu einem tollen Resultat zu kommen Hi, mein Name ist Thomas Foster ja und wenn ihr es spannend findet mal wirklich zuzuschauen wie ein Track produziert wird mit allen Details dann schaut euch doch das Ganze auf YouTube an dort ist nämlich unter dem Titel Wie produziert man Musik? ein kompletter Mitschnitt der Music Production Academy zu finden die auf Mallorca stattgefunden hat in 18 verschiedenen Videos seht ihr alle Details die ihr wissen solltet um einen kompletten Track zu produzieren vom Erstellen des ersten Beats bis zum Einspielen der Harmonieinstrumente bis zum Komponieren der Melodie zur Gesangsaufnahme und zum Mix verpasst das nicht Wie produziert man Musik auf YouTube? Danke fürs Dabeisein Immer kreativ sein Cheers! Vielen Dank! Wir sehen uns um auf den?! Vielen Dank.